Hallo Hallo Hört ihr mich? Ja Geht euch gut Ja Es ist eine wahnsinnige Stimmung hier Uns freut es sehr hier sein zu dürfen heute Und Mir fehlen echt Mir fehlen die Worte Super seid ihr Ich möchte euch mal vorstellen Wie wir heißen müsst ihr ja Aber wie wir zu diesem Namen gekommen sind Weiß es jemand? Okay passt auf Unsere Namen Haben wir so ergeben, dass die ersten beiden Buchstaben Yamatami Das heißt Ein Riesenapplaus für das JA von Yamatami Das ist die Jazz Dann das MA Das ist dein lieber Matt Dann das CA für Tama Applaus Und dann das Enri, also Mi Von Yamatami, die Media Und zusammen heißen wir YAMATAMI Sehr cool, das war unsere Single Das geht Wir rufen das Tischen, ne? Hört der jetzt auf? Geil